Ich begrüße euch zu meinem ersten Sondervideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Angela Merkel. Dieses Video kann als Verschwörungstheorie interpretiert werden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die These, welche hier behandelt wird, als Diskussionsgrundlage zu werten ist und nicht vordergründig jemanden von deren Richtigkeit überzeugen soll. Die These, welche im Mittelpunkt steht, lautet, die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik verursachte einen ausgehandelten Preis, welcher noch zu zahlen ist. Dafür hat die SED-Funktionärin Angela Merkel den Auftrag erhalten, im Vereinigten Deutschland eine sozialistische Diktatur zu errichten. Um diese These zu untermauern, sollte ich damit anfangen, die politische Biografie von Angela Merkel zurückzuverfolgen. Das Älteste, was gefunden werden kann, ist eine Arbeit von Angela Merkel im Alter von 13 Jahren. Hier handelt es sich um eine Leserzuschrift im Spiegel, welche veröffentlicht wurde. Die Quelle ist Frösi, ein kommunistischer Jugendverband. Abgedruckt war das Gedicht in der sozialistischen Zeitung Eulenspiegel aus dem Jahr 1967. Revolution von Oben Ernst Thälmann, schreite du voran, ich lieb den Sozialismus, drum stehe ich nun hier meinen Mann. Weil Revanchismus weg muss, schon lange will das rote Heer den Feind eliminieren. Ich brauche dafür kein Schießgewehr, ich werde ihn infiltrieren. Ich werde Chef der BRD, der Klassenfeinds wird hassen und folge dem Plan der SED, sie pleite gehen zu lassen. Wir können somit festhalten, dass Angela Merkel zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, also zwölf Jahre nach Veröffentlichung des Gedichts, voll und ganz von den Zielen der SED überzeugt war. Sie ist in der DDR, in der sozialistischen Diktatur aufgewachsen, hat sie nach außen verteidigt und ist in dieser politischen Umgebung sozialisiert worden. Kurz bevor sie dieses Gesicht verfasste, schloss sie sich den jungen Pionieren an. Zur Wiedervereinigung 1989 verließ sie die SED und schloss sich der Partei im Gesamtdeutschland an, welche den größten politischen Einfluss hatte, der CDU. Man halte sich in Erinnerung, die SED ist die Partei in Deutschland, welche heute den linkesten Rand im Parteienspektrum stellt, die Linke. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war die CDU die Partei, welche am weitesten rechts im Parteienspektrum zu finden war. Kann jemand über Nacht seine politische Ansicht um 180 Grad wenden? Hier geht es um Überzeugungen. Helmut Kohl hatte die Wiedervereinigung ausgehandelt. Er allein kannte alle Bedingungen, welche erfüllt werden mussten, dass die DDR und die BRD zusammengefügt werden kann. Er war es auch, der Angela Merkel gefördert hat. Bereits 1990 wurde Angela Merkel unter Helmut Kohl stellvertretende Regierungssprecherin. War das Zufall oder Teil der Vereinbarung? In ihren Ministerämtern, welche sie innehatte, darunter 1991 bis 1994 Bundesministerin für Frauen und Jugend, 1994 bis 1998 Bundesumweltministerin und 1998 bis 2000 als CDU-Generalsekretärin, hat sie in ihren Reden, Interviews und Stellungnahmen auch das bürgerliche Profil der CDU gestärkt. Das änderte sich, als Angela Merkel im Jahr 2000 Bundesvorsitzende der CDU wurde. Nachdem sie von 2002 bis 2005 Oppositionsführerin unter der SPD-Regierung war, wurde sie 2005 zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. In ihrer Funktion als CDU-Bundesvorsitzende und hinterher auch als Kanzlerin, hat sie die politische Ausrichtung der CDU stark nach links bewegt, sodass konservative Kräfte keinen Platz mehr in der CDU finden konnten. Jeder, der in der CDU den ursprünglichen Weg der CDU tragen wollte, wurde von ihr in die Bedeutungslosigkeit getrieben. Nachdem die CDU mehr sozialdemokratische und grüne Themen verfolgt hatte, als ursprüngliche CDU-Themen und sogar Hauptthemen der CDU über Bord geworfen wurden, hat sich nach 2013 eine neue demokratische Partei am rechten Rand entwickelt. Die Alternative für Deutschland. Hätte sich vor Angela Merkel jemand vorstellen können, dass die Wehrpflicht durch die CDU infrage gestellt und ausgesetzt wird, dass der Atomausstieg vorangetrieben würde, sowas wie das EEG durchgesetzt würde, oder die CDU sich sogar mit den Grünen zusammentut, um Regierungen zu führen, ich wage es zu bezweifeln. Über die Grünen wird es noch ein gesondertes Video geben. Die CDU ist, seit Angela Merkel ihr Vorsitz, nicht mehr das, was sie mal war. Die Bevölkerung wurde, seit sie Kanzlerin wurde, am laufenden Band vermehrt zur Kasse gebeten. Mittlerweile hat Deutschland die höchsten Steuern überhaupt. Das, was jeder einzelne Bürger hingegen an Vermögen hat, hat schneller als je zuvor seinen Wert verloren. Die Bevölkerung ist, seit Angela Merkel an der Macht ist, enorm verarmt, wo vorher mit einem Einkommen eines Alleinverdieners noch eine ganze Familie ernährt werden konnte, müssen heute mehrere Geld heranschaffen, um überhaupt aus eigener Kraft überleben zu können, um genug zu essen auf dem Tisch zu haben. Ich erinnere an ihr Gedicht, sie pleite gehen zu lassen. Welche Praktiken waren in der sozialistischen Diktatur der DDR üblich? Überwachung der Bürger durch den Staat, Verstaatlichung von Unternehmen, um eine Planwirtschaft aufrechtzuhalten, Inhaftierung von Bürgern, um Einflussnamen von antisozialistischem Gedankengut einzudämmen, Aufwiegelung der Bürger zur gegenseitigen Bespitzlung, Steuerung der Medien, um den Bürger dumm und gefügig zu halten. Einem Gerücht zufolge war Angela Merkel eine IM, also inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, welche mit dem Namen IM Erica operierte. Das ist zwar nicht bestätigt, es passt aber ins Bild. Was haben wir heute in der sogenannten Corona-Pandemie? Obwohl fehlerhafte und irrelevante Daten durch das RKI vorliegen, werden aufgrund dieser Daten Maßnahmen durchgesetzt, welche den Bürger in ihren Bewegungen einschränken. Entgegen des Grundgesetzes will ich hinzufügen, Maskenpflichten, obwohl das Tragen von Masken eher die Infektion verstärken würde. Je nach Art der Maske ist sogar ein höheres Gesundheitsrisiko als jenes durch das vermeidliche Virus gegeben. Dann wird daran gearbeitet, den Bürgern durch eine App vollends zu überwachen. Die Kritik daran und das Reden über die Zweckmäßigkeit werden von Angela Merkel als Öffnungsdiskussionsorgien stigmatisiert. Die Bedingungen für unsere Freiheit sind so unattraktiv, dass das Entgegenkommen eher als Schein zu werten ist. Unternehmen werden durch Zwangsschließungen momentan in die Pleite getrieben. Wenn Angela Merkel aber meint, ein Unternehmen sei systemrelevant, wird schon über Verstaatlichung nachgedacht. Die vierte Gewalt, die Presse, hat Angela Merkel auch schon in der Hand. Auch schon lange vor der gegenwärtigen Krise. Anstelle die Regierungsarbeit zu hinterfragen, wird nur noch im Sinne Angela Merkels berichtet. Wer das nicht tut, verliert seinen Job. Selbst hohe Beamte im Amt für Verfassungsschutz verlieren ihre Anstellung, wenn sie den diktatorischen Weg der Angela Merkel widersprechen oder sich nicht instrumentalisieren lassen. Wenn in einer Diktatur mit demokratischem Anstrich das Ergebnis der Wahl dem Diktator nicht genehm ist, wird das Ergebnis als untragbar markiert und alle Wege genutzt, dieses rückgängig zu machen. Erinnert euch an die Wahl für den Ministerpräsidenten in Thüringen 2019. Zum Abschluss nochmal die These, welche in diesem Video die Grundlage stellt. Die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik verursachte einen ausgehandelten Preis, welcher noch zu zahlen ist. Dafür hat die SED-Funktionärin Angela Merkel den Auftrag erhalten, im vereinigten Deutschland eine sozialistische Diktatur zu errichten. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg önce einen fand Mitkart motives. Wir haben einen daumen hoch. Und jetzt ein scherz, In ein paar Bekanisse im Hintergrund mit Kamer. Vielen Dank.